hey freunde willkommen zurück auf mein kanal mein name ist dennis aka fraganstock und wir haben wieder dürfte der woche es ist wieder sonntag ja eine woche ist wieder um ich habe fünf dürfte getragen und für alle neun die das erste mal hier sind das erste mal dürfte der woche gucken drückt die glocke abonniert diesen kanal und ja bleibt einfach hier so der erste duft den ich euch vorstelle kommt von mfk und ist ein absolut geiler amber duft richtig schön süßlich hält extrem stark gern so wenn richtig ausgesprochen fakt ist dass dieser duft welchen kennt schwärmt von ihnen das ist fakt diese süße vanille amber das holzige und ja einfach verführerischer duft ich finde so mfk und dürfte wirklich sehr sehr nice mag ich wirklich sehr gerne ich mache auch die flakons und gerannt so wie auch immer ist ganz weit oben auf jeden fall sehr geiler duft mit einer super haltbarkeit und extrem guten silage also der kommt auch wunderbar ganz wunderbar an ist sehr schön warm richtig schön warmer duft der jetzt zur kalten jahreszeit auf jeden fall sehr sehr gut funktioniert mfk so der nächste tizianas terenzi nähere und habe ich getragen ja wer einen gefälligen duft duft sucht ist hier sehr gut bedient das ist kein kuh stahl und es ist ein fruchtiger duft und es einfach sehr entspannt ja kostet müssen mehr aber wenn man mit und anfangen möchte wäre er sogar auch perfekt finde ich weil es gibt dieses extreme starke kuh stahl und wie man immer so schön sagt der nach kuh stahl riecht das ist hier nicht und er ist einfach gefällig man kann ihn wirklich auch wenn es wärmer ist gut tragen aber auch eben bei kalter jahreszeit und ein sehr schöner flakon sehr schwerer der deckel wiegt fast so viel wie der rest des flakons richtig nice also ja gefällt mir aber auch hier es ging jetzt mit den sprühen habt gesehen aber ich muss es immer wieder betonen die sprühen sind wirklich nicht gut ich hoffe dass das irgendwann mal geändert wird aber ja was sollte auf jeden fall geiler flakon in schwarz matt schwarz und auch sehr geiler inhalte mit einer guten halberkeit von neun stunden das ist nicht übertrieben und auch nicht von da bei mir jetzt finde ich bei der silage ist das auch nicht so extrem wie man es von manchen dürften kennt aber es ist schon sehr gut ja sehr gerne doch kostet allerdings ein bisschen aber funktioniert gut soll der nächste lorenzo velorisi mit abmann sammann das ist ein tabak duft der sehr extrem würzig rüber kommt ist sehr interessant wird demnächst auch mal ein video darüber gemacht weil das könnten neue hype dürfte werden und ja finde ich sehr sehr nice und schöner sehr würziger trockener tabak duft so müsst euch diesen duft vorstellen bisschen seife ich finde ich auch in für mich jetzt persönlich warm umhüllt sich damit und wer einen tabak duft sucht so ein bisschen ja so auch es ist ein warmer duft aber der tabak kommt ziemlich kalt rüber der ist mit diesem duft von lorenzo velorisi der seine dürfte übrigens noch komplett selbst kreiert und so weiter so und sofort richtig schöner duft solltet ihr auf jeden fall mal auf dem schirm haben aber werde ich den nächsten mal vorstellen so der nächste ich hoffe richtig ausgesprochen kassiopea von tiziana terrenzi wieder ja wieder geiler flakon hier auch dasselbe spiel sehr schwer und ja ja und dieser durch wird oft mit erba pura verglichen bisschen weiblicher aber pur ist aber auch wenn es danach geht sehr süßlich und weiblich und hier ist das anfang sehr süß wird ein bisschen entspannter und cremiger und ist er nicht mehr ganz so extrem wie der erba pura kann man sehr gut tragen ist auch eine gute silage ich finde auch also ich wo ich ihn getragen habe ich fand das lecker er ist schon lecker er ist zwar süß aber nicht so süß wie der erba pur der erbe pur hat eine andere süße so und das gibt es hier nicht und könnte jetzt auch kirke als nehmen aber hier ist der moschus eben nicht soweit ich weiß drin das ist ja bei den anderen dürfen bei den anderen beiden und ja kommt sehr nice rüber ich finde die halbigkeit übrigens jetzt nicht schlecht wie manche sagen der ist nicht so gut also das sind so 89 stunden und eine gute ausstrahlung also den sollte die auf jeden fall auch mal testen finde ich nicht schlecht wenn man natürlich erba pure allerdings hat weiß ich nicht ob man sich den auch holen muss solltet ihr vielleicht einmal wirklich testen und ja probiert immer so und zu guter letzt ja hashi wat nishane ja der bessere aventus ja könnte man so betiteln männlicher bisschen und auch bisschen tiefer und nicht rauchiger aber mehr patchouli und ja erdiger wissen kommt richtig nice richtig schön und ist im endeffekt aktuell einfach geiler zu tragen als der aventus ja so exakt der parfüm und ja geil ist schon also der kommt schon gut jedes mal oder so oft ich ihn wenn ich ihn getragen habe macht er spaß er macht einfach spaß und das soll es auch so sein und das ist so ein bisschen bei ein aventus ist der spaß weil man einfach hängt an der halbbarkeit und des preises und der ist jetzt auch nicht günstig aber ihr habt ihr noch power und ja ich finde wirklich sehr sehr gut aber das sind eben wie viel dürfte gehen jetzt in die aventus richtung aber der schon richtig gut der hat ja sehr sehr leute das war meine dürfte der woche sehr anstrengende woche und ja nächste woche geht es leider anstrengend weiter aber besser als gar nichts und erst wenn man nichts zu tun hat so nach dem motto aber das ist trotzdem werde ich so gut wie es geht immer für euch da sein ihr kennt mich ihr kennt den dog und ja schreibt unter was habt ihr so getragen die woche ist immer sehr nice und dann sehen wir uns bald wieder so 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 so